Und willkommen zurück zur Folge Nummer 12 von Ghost of Tsushima. So wie versprochen machen wir natürlich mit der Quest weiter der Himmelsschlag. Wir sind auch gleich an der Ruhestätte, 80 Meter, circa noch, da sind wir schon da. Schauen wir, was es da wartet. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich irgendwie ein U-Boss wieder haben. Wo ich tausendmal sterben werde. Probieren aber erstmal die Kameraden hier. Okay, haben wir noch schön gelöst. Schaut, ob die noch ein bisschen Loot dabei haben. Ach, der lebt ja noch. Jetzt nehmen wir alles voll. Okay, wir sollten hier irgendwas untersuchen jetzt. Suche nach Shinris Ruhestätte. Ist aber nicht hier oben, oder? Nee, okay, war falsch. Wir gehen mal hier hoch. Was macht der denn? Okay, hier scheint nichts zu sein. Ja, da muss unten das Dorf sein. Ich schätze mal, dass es hier sein wird. Sie werden jetzt aber genau auf dem Punkt eigentlich. Kann man nur rüber gehen. Jemand hat den Baum gefällt, um ihn rüber zu kommen. Okay, ich glaube mal, dass es gleich Boss-Time ist. Sohira hat Mongolen dabei. Kommt her und kämpft! Halt ja, Jumtjo! Los, ach, schau mal! Werden alle sterben. Ey, ey, ey. Und schon bin ich da und... Und schon bin ich da und... Bäh! Ey, 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 ey. Jetzt ist er zu den Schüdi. Okay, jetzt werden wir jetzt ein paar Versuche brauchen wahrscheinlich. Natürlich. Sucht mich jemand! Schlussendlich die Schwert-Typies. Ich werde immer ein bisschen auseinanderziehen jetzt. Ey, ey, ey. Okay. 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 Nein! Oh! Ah, jetzt hatte ich mal schon so weit. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Kampfhaltung. Okay, wir brauchen auf jeden Fall. Okay, gibt es noch was? Der scheint noch was zu haben. Schwarzpulver ist auch schon voll. Okay. Das haben wir schon wieder komplett klar, dass jetzt der Boss kommt. Was hat Yasuhira getrieben? Erst mal die Blume. Okay, wir schauen mal in den Duellring. Okay, die führen aber raus. Okay. Da kommt jemand. Okay, das ist aber ein Schwertkämpfer. Okay, wir brauchen die... Okay, wir brauchen die Blume. Okay, okay, okay. das hätte euch besser ausbilden müssen muss ich erst mal jetzt angucken wie ihr kämpft und sowas alter das hätte euch besser ausbilden müssen schnell Komm her Baby, komm her Alter Ei, ei, ei Wir sind schnell Ei, ei, ei Das Chimura hätte euch besser ausbilden müssen Wir sind schnell Ei, 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 da macht wirklich Schwierigkeiten Da hätte euch besser ausbilden müssen Das könnte ein längeres Spiel werden hier Das ist halt echt Du musst echt zu schnell reagieren Ob du jetzt blockst oder ausweichst Das ist halt echt zu schnell Das ist halt echt zu schnell Das ist halt echt zu schnell Wir sind schnell Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht Ich beobachte Das ist halt echt zu schnell Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Okay, ich begrabe den Mann. Ich verspreche, dass ich Soshima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Okay, dann haben wir eine neue Technik. Der Himmelsschlag. Himmlischer Falke, schlage ohne Vorwartung zu, wie der Jäger der Lüfte. Okay. Muss ich mal schauen. Aber wo ist das jetzt? Geist. Good night. Okay. Okay. Jetzt haben wir bloß Technik anscheinend. Okay. Okay. Das war es jetzt hier anscheinend schon, oder wie? Okay, das haben wir. Unentdeckter Ort. Da könnte man doch schnell nochmal hinreisen. Ah, ich habe schon gesehen, ich habe schon eine Blume. Okay. Haiku verfassen. Ich habe noch Furchtsinnien. Achso, da können wir so eine Geschichte schreiben oder sowas. Klicke jetzt einfach mal irgendwas an, Leute. Stirnband der Furcht. Okay, schauen wir doch gleich mal. Kleidung. Na, was ist das? Was bringt mir das? Gar nichts. Das ist nur Cosmetics. Aber schaut gar nicht schlecht aus. Cool, Leute. Damit würde ich sagen, äh, was ist auch schon mit der Folge? Wir sehen uns in der nächsten und dann müssen wir doch mal schauen, was wir machen. Wir können, haben hier noch einen Haufen Zeug eigentlich offen. Schwertschmied. Achso, das ist das da. Hier könnte man nämlich weitermachen. Die Geschichte von Fürstin Masako. Samurai-Clan-Rüstung. Das könnten wir uns eigentlich in der nächsten Folge anschauen. Aber es sind neun Teile. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Burg Kenda, mongolisches Gebiet. Das machen wir mal später. Gut, da haben wir auch noch was zu tun. Also ist schon noch einiges zu tun hier. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi. Bis zum nächsten Mal.